Fünfter, wie seid ihr zufrieden? Ja, mit Ewa, wirklich höher als zufrieden. Wir sind seit oben noch super gestochen und jetzt werden wir hier brechen kommen. Es ist schon nur schön, dass wir hier brechen kommen mit dem Tier. Und jetzt, wenn wir hier noch ein Glocken heim nehmen, das ist fantastisch. Ungläubleintensiv war es jetzt im Finale, oder? Hier in der ersten Kategorie? Ja, also ich habe nicht alle gekämpft, aber das, was ich gesehen habe, es war auch in den anderen Kategorien, das, was ich gesehen habe. Aber hier brechen sind die besten Tiere und dann geht es halt ruhig zu. Jetzt noch das Fest. Ah, es flaschen im zweiten Jahr.